okay dann war du mal weg und fahrt der mal weg der mal weg okay es geht also wirklich nach reihenfolge okay mit was fährst du wahrscheinlich auch noch mit festbrennstoff das ist doch schön zum anschauen wenn das einmal wieder ein bisserl bei deiner geschwindigkeit vorangeht da hat gerade die lampe nicht leuchtet aber wieso die leuchtet wenn es kleiner als das ist und die leuchtet wenn es größer wie kann das sein dass kurzzeitig keine lampe leuchtet entweder das ist weniger oder mehr viel prozent werden das müssten ja neun mal wenn du das jetzt alles rein tut also ne die züge die holen da konstant was ab das ist wahnsinn ja deswegen kriegen wir da auch kein kein lagerbestand zusammen ich meine oben beim beim ding das ist voll also da stehen die entlade züge in warteschleife weil das ist 100 prozent voll und wirklich genau auch 100 prozent voll also da ist in allen kisten was drinnen ja aber kupfer brauchen wir gerade im moment eh nicht so viel aber das wird sich bald ändern da stehen ah du kommst von da oben das ist ja auch nicht mehr wirklich das ist das letzte kupfer da oder stimmt da drunter ist was das sind das bist du warum ist der ah ne ja und jetzt da mal dass wir es wegkriegen wenn was da ist weil eigentlich das alles kann man weg tun das wird nicht mehr benötigt das sind die letzten die letzten die was abhauen warte mal da kriegen wir da vier hin und wenn wir es da oben ein bisschen gescheiter hinstellen kriegen wir da fünf drauf na gut wie viel sind das jetzt noch 88.000 okay na gut und i'm sorry wie viel zeit eigentlich wären wir gerade ganz gut bei der folgenzeit aber ja wir haben jetzt gerade nur die eisendinger gemacht was wir noch machen werden schnell und ich habe ja damals oder warte mal ich habe damals gesagt dass ich so eine station gern für kohle hätte die waren wir jetzt noch ganz kurz niederstempeln da haben wir uiuiui da haben wir ein paar granaten ach so warte mal kisten brauchen wir in unmengen opa so kisten 102 ist nicht genug nochmal 41 ist auch nicht genug nochmal 32 könnte sich ausgehen wir brauchen in dem blueprint nämlich der jahr 600 schienen zirka 600 warte mal 1 2 3 4 5 brauchen wir noch ein paar untergrundfließbänder signale haben wir actually genug lampen haben wir genug zwei stationen zwei große 9 für die dann 11 von denen einer von denen signalkabel brauchen wir praktischerweise keine machen warte dann greifarme haben wir vierhundertzweiunddreißig achte kacke und als 34 das heißt 100 200 300 400 aha dies ist ein problem letztes gfw som fast ins hört das so 100 200 300 350 400 400 und kein platz so viele kunststoffstangen brauchen wir ja gar nicht jetzt haben wir gar keine mehr okay gar keiner ist vielleicht auch doof ein paar halt zu viel sprengstoff das brauchen wir auch nicht so zu viele steine weg damit schienen brauchen wir actually und zwar an die 600 das heißt wir haben jetzt ein 400 500 600 ich mache gleich ein paar mehr mit weil wir brauchen es sowieso so 700 dann Kupfer was mache ich mit 5 Kupfererz das ist eine gute Frage äh Schu Schu so dann brauchen wir actually noch 100 von denen so 100 200 220 Kisten haben wir jetzt genau das heißt wir brauchen noch 68 äh warte da mache ich jetzt mal 35 35 6 7 38 das heißt es fehlen noch 30 Kisten das wären dann 240 Stahlträger das heißt zack zack aha okay dann machen wir jetzt 25 und dann haben wir noch so so nochmal den letzten 5 dann sollten wir da jetzt eigentlich 38 stehen haben genau und dann nehmen wir noch 200 Stahl einfach so mit was wir mal weggeben können sind die Dinger und was wir da weggeben können sind die Dinger weil die brauchen wir soweit ich weiß da eh nicht nein äh was wir brauchen sind aber fast 100 Teiler Fließbänder und wir haben 6 das heißt wir brauchen da nochmal die Dinger mit und äh die brauchen wir gerade nicht und die brauchen wir gerade nicht das können wir da rein tun Munition haben wir jetzt ein bisschen was mit weil wir was gekriegt haben da unten steht das Auto so und dann werden wir nämlich jetzt einfach bei der einen Kreuzung das nach hinten verlängern äh und dann müssen wir uns nur genau das verlängern jetzt will ich wissen wie ist das mit den boah boah das ist geil ist einfach eine Schneise der Verwüstung so und zwar irgendeinen Punkt müssen wir uns jetzt hernehmen das ist das neue System und ich nehme jetzt einfach da wo die obere erste Weiche anfängt das ist genau das und ich werde jetzt nicht straight nach unten gehen weil es nicht geht das können wir nur da machen das heißt erstes gerades Stück dann mache ich das vornwald actually her dass wir da am richtigen sind das heißt das wäre dann das da oder ich da halbwegs gerade raufgehe ja dürfte passen ja wo ist denn jetzt das eine Schienenstückerl aha gibt es gar nicht wer hat jetzt geschrieben schon wieder der Clemens was will er wann hast du Geburtstag für alle die es interessiert am 14. September und das Datum an dem ich das Video aufnehme ist der 9. September ich habe absolut keine Ahnung wann ihr das Video seht es wird aber wahrscheinlich bis sie später sein ich weiß nicht ob vielleicht schon 2021 ich habe echt keine Ahnung ich weiß es nicht keine Ahnung wie lange ich brauche bis ich die Folgen alle hochgeladen habe weil ich mache nur eine pro Tag so aber was wir da jetzt machen ist erstmal den Wald weg und zwar mit den Granaten und das macht so Spaß so dann wo ist mein Buch da ist mein Buch zack 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 holy shit und wir müssen da dran das heißt da müssen ein paar Klippen weg ui und Bäume und wahrscheinlich auch der doofen Stein und wahrscheinlich auch der doofen Stein so ok es blockiert da noch eine Klippe und da noch eine Klippe und ein paar Bäume so Klippensprengstoff können wir nicht herstellen weil wir keine Kohle haben Sprengstoff an sich hätten wir und zwar 41 das heißt wir brauchen irgendwo her jetzt 40 Kohle das ist die nächste Kohle ist eigentlich eh oben gleich dann oder ist da was nein da ist nichts drinnen das haben wir ja wundervoll zerstört ein paar mal das Auto oder ist da irgendwo weil es in die fetten Steine ist ja auch Kohle drinnen aber das sind gerade nirgendwo fette Steine fahr mich ja nicht über den Haufen so biete einmal so viermal Klippensprengstoff so das heißt achso der muss zuerst mal die Granaten machen ok äh wir müssen weg machen die Klippen oben alle und die da die eine also das dürfte jetzt nicht ganz so das Problem sein was hat er geschrieben aha ok äh so you have to go dürfte sich eigentlich mit zwei ausgehen ja perfekto und tschüss und jetzt werden wir da einfach noch so ein Ding her stampfen zack also das müssen wir natürlich aufdrehen und äh ja ich würde mal sagen lassen wir das bauen beginnen dann Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So und jetzt haben wir eigentlich dieselbe fette Station. Ein drittes Mal. So und das ist jetzt Kohle, warte mal, Kohle, Haupt, Bindestrich, Beladestation. Dann tue ich mir das einmal kopieren, füge das da ein bis auf, dass das jetzt Entladestation ist. Genau. Und dann haben wir actually noch eine. Aber ich glaube, da wäre das am gescheitesten, wenn wir uns einfach das vom Eisen kopieren. Weil es ist ja sonst sowieso alles gleich. Das heißt, den Teil dann quasi. Oder? Ja. Dann haben wir das im Clipboard. Und weil der sowieso nur die Blöcke kopiert und nicht das, was drinnen ist, können wir das da einfach drauflegen, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Ich glaube halt nur, dass wir von denen zu wenig haben. Weil wir da welche verwendet haben. Jetzt müsste ich nur rausfinden. Ah ja, wir haben das da anders gemacht. Und zwar... Das haben wir so gemacht. Und jetzt soll es eigentlich... Ah, nein, noch nicht ganz. Das haben wir ja auch rübergelegt. Und jetzt sollte es perfekt draufpassen. Alles sollte blau sein. Genau. Zack. Ja, es fehlen eins, zwei, drei Mal. Eins, zwei, drei. Und eine Kiste fehlt. Ein Teilerfließband fehlt. Warte mal. Sechs Kisten. Acht Kisten. So. Und... Achso. Ja, die Station selber brauchen wir natürlich auch. Das ist dann... Achso, ne, das ist rot. Das ist dann Treibstoff. Kohle-Hub. Und das sollte jetzt eigentlich... Also warte, da müssen wir die Farbe natürlich... Äh... Jetzt hat er das umbenannt. Das ist natürlich... Kohle. Und das ist natürlich auch... Kohle. Ja, das passt. Der hat alles dahingestellt. Und... Ja, das schaut eigentlich... Jetzt mal, wenn ich mit der Maus genau... Daher einfach, wo es anfängt und dann raufgehe. Das muss ich halt nur gescheit erwischen. Dann bin ich auch genau am selben Dings. Also... Das ist schon perfekt untereinander jetzt. Und... Die Signale... Passen eigentlich. Mal nachschauen. Achso. Wir haben gar keine. Äh... Mal nachschauen. Äh... Ja. Hätte ich schon gesagt. Äh... Da und... So, nee. Das geht sich. Eins, zwei, drei. Nee, dann blockiert der alles. Dann... Lassen wir den da stehen. Und der... Würde eigentlich auch alles blockieren. Aber der kann ja nicht blockieren, weil da ist ja eh ein Speicher. Und wenn der gerade fahrt, ist es sowieso egal. Genau. So, dann haben wir da natürlich... Praktischerweise gleich an Strom. Das heißt, man sieht da einen kleinen... Spike. Das heißt, 13 Megawatt. Okay. Dann habe ich kurz extrem viel gezogen. Ist wieder runtergegangen. Ja, und die haben auch kurz mehr produziert. 100... Ach, du Kacke. Seit wann... Brauchen wir so viel Strom? Und warum wir so viele Maschinen? Achso. Die tragen da natürlich wesentlich dazu was bei. Und die auch. Und eigentlich alle, die rennen, weil die brauchen ja fast ein halbes Megawatt. Nicht ganz 0,4. So, aber das heißt eigentlich, dass wir jetzt... Da alles haben. Und dann würde ich nämlich gerne nächste Folge schon anfangen, die gelbe Base endlich mal zu bauen. Weil vor dem habe ich mich ja auch längere Zeit irgendwie gedrückt, kann man sagen. Weil ja immer irgendwas dazwischengekommen ist. Da will ich mal kurz rauf schauen. Okay. Da werden wir mal die Schütztürme mitnehmen. Das werden wir umdrehen. Und... Die ganzen Mauern weg machen. Hoppala. Aber das machen wir nächste Folge. Dass wir dann... Da das bauen, was ich dann eigentlich machen will. Weil... Mit dem bissl... An... Also mit den zwei Dingen werden wir nicht weit kommen. Aber mehr kriegen wir da nicht raus. Weil das ist eigentlich nur ein kleiner Stack mit 4,3 Millionen. Aber ja. Das machen wir, wie gesagt. In der nächsten Folge. Und dann bedanke ich mich an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.